Wirtschaftswachstum ist in aller Munde und beinahe täglich begegnet uns der Begriff, mal positiv, mal negativ bewertet, in den Nachrichten aus Politik und Wirtschaft. Für die einen ist Wachstum eine Voraussetzung für Vollbeschäftigung und der Königsweg in eine glückliche Wohlstandsgesellschaft, während andere vor den Folgen der mit dem Wachstum einhergehenden Lebens- und Konsumstile warnen. Die Kritiker beziehen sich auf den Begriff eines rein quantitativen Wachstums, das durch Steigerung des Konsums erreicht wird. Wachstum bedeutet zwar mehr Produktion, mehr Umsatz und mehr Gewinn, aber auch mehr Rohstoffverbrauch und mehr Umweltverschmutzung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wachstumreizungen Untertitelung des ZDF, 2020